Dann passt es, ich glaube das ist mir jetzt mal egal, dass es mir anders ist. Ja, das ist mir egal. Ready? Ja, go. Warte, kein Unterschied bei den Scopes. Oh, da wird blau, die müssen wir uns winnen. Ja, ich habe schon gesehen. Was macht der? Ja, der weicht aus. Was, 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 was? Stopp, halt, stopp! Oh shit, oh, 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 warte. Warte, warte. Ja, mit dem Lauster spielen, glaube ich. Versuch's. Stabil. Kann er bitte wer sterben? Das gibt's doch nicht. Alles klar nochmal. Jetzt war der Pilot. Warte, 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 warte. Nice. Ja, den Last, ah, der Last sofort jetzt offroad. Wüsst nicht mehr kriegen wahrscheinlich. Warte, warte, warte. Nein, wurscht, wurscht. Die letzten 20 Schuss hätte ich noch reingeschnalzt. Aber wüsst, ich will load mal. Die Piloten. Schnell zu Opfer. Ja, da müsste ein dicker kommen. Blau sind eigentlich ziemlich viele jetzt drinnen in der Sorge. Ja, da müsste ein dicker kommen. Blau sind eigentlich ziemlich viele jetzt drinnen in der Sorge. Die könnten eine Satchel auf jeden Fall planten für Rot. Da kommt ein Cockback. Oh, da kommt. Ja, ja. Sehen. Du musst das einfach live einmachen, weil er will. Wird nicht schnell sein. Ja, von der Halle, ja. Boah, das ist ein... Jawohl, sehr schön. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Das ist immer schlecht. Warte, warte. Ja, ja, ja. Truck kommt an. Natürlich gibt's noch keinen Heli. Wir gehen auf den Truck. Warte. Ja, passt. Mach mich neben. Hoppla. Sollen wir runter? Genau drüber, wir sind genau drüber. Ja, hinter uns jetzt. Jetzt? Ja, ja, passt. Ja. Ja. Passt. Gehen. Vielleicht sind da mehr. Mach'n. Schaut nicht so aus. Noch Helis schon. Oh! Ich hab nur einen Kill, dass ich's gerade... Du bist ja noch einen Kill kriegen da, oder? Wahrscheinlich. Nein. Da ist wohl wieder da hinten drauf gesessen. Oh, da ist gerade ein Heli. Der wird Adelinser oder unterstützt halt ab. Der ausspringt oder drei. Reload mal kurz. Wohin zwei landen. Wie miesesten Sound aussieht so gerade. Ja. Er landet neben der Baustelle in deinem Strand. Ja. Ja, sowas brauchen wir vielleicht anders lang. Ja. Irgendwas schießt auf uns? Ja. Blau sehe ich so weit nix kommen. Und nix. Ne. Vorne in der Kurve steht irgendwas bei Blau. Ich weiß nicht, was das... Oder? Nein, das waren die Bäume, glaube ich. Da kann man noch mehr auf Rot. Ja. Rot musst du noch mal kommen. Rot, die Brücke ist seit, ne? Kann man was, gell? Ja, ja. Kann man noch einmal kurz in den Basin tun und mal was zeigen? Ja, ich sehe so weit nix. Da brennt irgendwas. Ja, da liegt schnell die Satchel. Ja, da liegt der Satchel. Okay. Zur Brücke. Ja, da hat wo der... ...kaputte Ding steht. Ja. Moment. Da liegt er noch nicht? Ja. Ja. Oh. Äh, Hedgepack Inc. Hedge... Hedgepack Inc. Äh... Wieso? Das rendert mir nicht. Das rendert einfach nicht. Ah, da kommt der Ghost Talk! Was macht er denn bitte in so einer Panik? Ich glaube der ist... einer springt raus, er klatscht auf gleich mit dem Bauch im Wasser. Oh what, der hat überlebt! Der ist nie, der unter unserem Strand hat überlebt. Und irgendwas schießt auf uns noch. Ich glaube ich könnte Muni gebrauchen, langsam. Da unten läuft einer. Ja mal kurz zur Base. Ja ja Muni, ich brauche Muni. Ja ich habe den Hedgeback gar nicht gesehen, ich glaube sogar die Dutsi stehen geblieben sind und auf uns geballert haben wahrscheinlich. Da hat's gecrashed. Ja ja, der Dude mit dem X6 ist wieder in einen Kartfahrer drüber und hat die Seite geschoben, der ist gecrashed. bei Kartfahrer und einem Ding. What the fuck. What? Oh! 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 Ja. Ja, nach links ist er schon explodiert... Oh ho ho ho! Ach 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 ach... Weil er wurde gearmt. Wir sind gleich übrigens noch nicht in der Gruppe, oder? Ein Lippenbett. Die hinter ihm. Wo? Er schießt auf uns. Ah ja. Es sind nur die Typen am Strand. Aber das ist der Little Bird. Gib Gas, gib Gas. Okay, der macht den... Panic Move. Du musst mit mir reden. Ich glaub das ist... Ah da ist hinten, Eis aus, Motor aus, vergiss den. Hinter uns, genau hinter uns steht ein Ghost Talk, ziemlich weit. Bei uns auch. Bleibucht. Ja, sehen, Roger. Bei uns ist der Little Bird, links von uns. Ja, der ist noch immer da links, scheiß auf den... Der unnötigste Motherfucker. Der Ghost Talk da unter uns. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Da werden da kein Einschir mehr. Ja? Uuuu. Schellt. Ja, schellt. Rechts... Irgendwo vor uns der Ghost Talk der andere sind. Der ist dort rechts hinten gestanden. So bei 60 Grad. Ja, genau. Ja, ja, nein. Der... Der... Ja, nein. Ja, nein. Der Ghost, der wird sich verpisst haben. Er wird sicher... Woanders hier rumgehen. Oder ist er da oben gestützt? Da ist irgendwie ein Ghost-Zug. Ja, das kann doch sein. Der... Banden, Kack-Nos. Wer einen geht schon, oder? Oder was war das für eine Granate? Hä? Ja, die. Das schreibt ja der Ronny. Dass sie bekämpft werden, angeblich. Oh, der sehe ich immer in einem Boot. Der wird links von uns. Blau. Fixen. Unter uns leicht. Nein, können wir schü... Ja, 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 ja. Recht, recht, wird dreht der Landbetreiber. Ja. Der ist mega langsam, ja. Ja. Der B. Jawohl. Oh, letzter Schuss. Ah, shit. Reload, ich hab's nicht gesehen. Aber... Gleich zwei raus. Letzter Schuss. Warte, ja, das geht wieder raus. Ja, ja. Ich hoffe. Da hab es Drecke halt weg. Ja, dem ist alles dran. Anfang validate. Oh, 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 oh. Oh! Oh, 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 oh! Ich hab's die Pan something. Entfall lineset, man jetzt hab die Links von unsirsiniz mit irgendwas unten dran. Gini. Was macht denn da? Schissen wir mal ins Cockpit Wie weiter geht's? Oh das ist gut Wir werden wieder landen Roter Standard Platz Du musst den Flybein machen Bin ich viel schnell Klar? Zieh hoch Ja Ich höre ihn jetzt noch ohne Zoom Hinter uns gleich wieder Noch ein Little Bird Wollte da landen Bei sicher Reload Genau der hat er an der gleichen Stelle Genau der hat er an der gleichen Stelle Wollte da runter gehen grad Seh nichts, seh nichts Seh nichts Ich wusste Ich klick, 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 klick Der hat gerade abgeladen Granate, schauen wir ob's geht Den fliegen wir jetzt da nachschauen Ja Komm klein, komm klein Ja Jetzt kannst du ihn geben Ja Nice Vor uns fliegt da noch ein Muskulant Ja Roger, roger Das ist der Odehack Es leidet da rum Es leidet da rum Es leidet da rum Es leidet da rum Ich glaub ich hab noch getroffen Was Ich glaub ich hab noch getroffen Aber ich möchte, dass da langsam ein Auto kommt mal Ja eh Wir wollen einfach nicht Auto fahren Bios nehmen, eco-friendly Wolltest du noch große Vorgemeinschaft bilden Ja Der best In einem Zammack In einem Zammack Der macht irgendwie Lande an den Flugtag ganz komisch. Einen rausgeschossen. Warte mal, das war nicht... Das scheint nicht der Pilot gewesen zu sein. Mal zurück. Oh ja, passt. Ich hab nicht mehr allzu viel Schuss, glaube ich. Spider, ich finde da unten. Ja, ich will's den treffen. Hab ich zu spät gesehen. Kommt auch was, kommt auch was, kommt auch was vom Blau. Auto oder Flug? Auto, Auto, ist gerade was über die Kuppe. Ja, kommt, kommt. Ja, wie schön. Ich bin auf der Geraden da, vielleicht. Ich flieg wieder vor ihm. Ja, ja, ja. Ich würde gerne linken Reifen zerschießen, sodass er nicht ins Wasser fährt. Jetzt musst du mit mir reden, also ich glaube wir sind gut vor ihm. Geht, 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 geht. Ich will helfen. Ich hab keinen Schuss mehr. Die haben es überlebt. Reload guard. Kannst weiter fliegen, so langsamer werden ein bisschen. Ach so? Ja. Ja, jetzt haben wir glaube ich schon viel zu weit weg von ihm. Warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Spremd ab einfach. Okay, jetzt ist er links hinter uns. Ein volles Magazin hab ich noch. 130 Schuss. Blaue Straße müssen wir glaube ich von mir nennen. Oh, ich hab eh noch einen Satchel, by the way. Oh, da forge ich. Oh, da forge ich. Hold the guard for us, sure. Der kommt da. Dann tun wir die blaue von hinten. Jetzt sollte ich Satchel zünden, wenn er da ist. Der hatte eh über Angst und Vater nimmt vorbei. Da kommt der Zammack. Da kommt der Zammack. Und ein Strider. Eins davon ist meiner. Perfekt. Wer suchst du aus? Ja, egal was er nicht kriegt. Okay. Willst du ihm kurz schreiben, dass er einen durchlassen soll? Äh, ja. Das dauert eh noch. Äh, ich glaube er will frontal crashen mit denen. Das, was der da aufführt. Ja, der ist mit dem. Ja, der ist mit dem. Gehen wir kurz runter, damit ich sehe, ob da was am Borde ist hinten. Tief, 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 tief. Hier, da ist keiner. Komm. Wurscht. Wurscht. Aber trotzdem. Fahr, 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 fahr. Komm. Warte, warte, warte. Langsam, 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 langsam. Pfff. Nichtsmal Damage hat er. Doch jetzt ein. Bissl. Delayed. Warte, 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 fahr, 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 fahr. Warte? Ich glaube ich sehe, ich weiß wo die sind. Äh, die sind nach, eins der zwei Häuser nach der Kurve. Sind Duts drinnen. Wahrscheinlich die Baustelle nach der Kurve. Okay. Sollen wir mal einen Rearmentschliffchen? Ja, ja, flieger sein es ist blau, auch die Setschl rausdrücken. Jo. Können wir einfach ablegen und dann zurückfliegen. Aber dieser Ding hat jetzt lange gebraucht zum Explodieren. Ich hab... Ich hab schon gemeint, es ist jetzt nichts passiert. Ich hab sie ziemlich gut gezündet. Ich hab sie ziemlich gut gezündet, aber... Das sind halt echt Tanks. Ich hab's... Kommt ja manchmal vor... Ich tät's sogar noch hinter der Brücke bleiben. Ich tät's was zu wissen. Ja. Oder unter dem Ort. Ja. Du hast doch noch Schuss, oder? Ja, ja, ich hab den. Ja. Ja. Ja, Setschl. Hallo. Ah! Dann hab ich den Motorgleich. Ich hab Reload. Den stellst du da gerade auf, mitten auf der Straße. What the fuck? Was der hat's geschafft? Was? Was? Oh, Ficker! Ja, das war halt der Bosspilot. Ich hab keinen Schussman da. Ganz da links bei der Brücke zum Beispiel. Jetzt kommt der Level 1er mit THG auf seinem Quadback und rackt dich. Er rackt mich hart jetzt. Ja, da machen wir das. Der Smog-Waffen gerade, gell? Beim brennenden Wack. Oh ja, wir werden geschossen. Ja, ja, weg, weg, weg. Ja, ja. Fahr nicht links auf der Brücke, würd ich. Wir werden nicht noch beschossen. Ja, wir werden immer noch beschossen. Ja, ja, das ist wurscht. Die treffen nix. Die treffen nix. So, jetzt da links auf die Brücke, leg dich hin. Da hab ich nicht nur mal Angst, wenn die drei Meter vor mir stehen und schießen. Wo, 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 wo. Anlocken muss ich da. Go, go, go. Ja, noch anlocken. Jetzt können wir heim. Null Schuss. Jetzt kommt der Gegner, ich schickt nicht den Pony mit der THG und schießt uns raus. Hast du echt den Kills ausgeschöp gemacht? Not bad. Wie heißt die Leute das so? Oh Gott. Lying mit Level 1 da unten mit dem Court fährt das Gemüse. Das ist so cutie. Ah, das ist kurz. Ah, ah. Ah, ah. Fick. Let's change loadout. WTF? Hörgelt weg. Ah, ich schick null. Ach, Gott. Nicht deppert. Okay. Go. WTF? 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 Laufende Motor Er kommt Ja, Roger, Roger Gibt's auch von der Rappe, oder? Sind hinten welche drinnen? Oh, der ist langsam, der ist langsam Ah, geht, 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 geht Geht nicht, geht nicht, cheers Jawoll Alter, es wird gerade Um einen, um einen Einige Tage schauen können Während ich sie gesnackt habe Der Wind ist leer Da hinten ist es, glaube ich, leer Ich glaube, von der Rot kommt auch irgendwas Ja, ich sehe Oh, in der Roten Kämmer Der hat die Probleme, der da links Ein Heckrotter mehr Er hat die Sprint nochmal von der Seite rein Ok, wo ist der? Der fliegt gerade zurück, oder was macht der? Der fliegt zurück, ja, der fliegt zurück Der Guard Force ist nicht mehr da eigentlich Bis zu alt Der Strider ist, wir scheißen auf den Strider, oder? Ja, egal Ja, wurscht Oder gleich Z4 planten? Hast du noch? Ja, ich hab noch Z4 Da sind mir alle ins Auge geschaut, wie ich sieh Oh, 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 Quark weg Quark, 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 Quark Ja, ja, oh Da waren wir unter dem Weg von uns Dort, 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 dort Ich will g'schig hin Ey, ich hätt schon Oh Oh, die Man ist nicht genug Nicht genug Ja, da ist ein feindlicher Ghetto-Pone Ja, tot In den Nosen Abgestauft von den Nosen Ghetto-Pone, was? Ich hab's eh gemacht Ja, ja, moin ja Hast du denn den Kiel weggnommen? Oh, da vorne sind welche auf der Straße Oh, ja, ich seh's, ich seh's Jetzt hat er mit 3 GL unter die Schießen Ich glaub der hat den Reifen verloren Ja, der hat den Reifen verloren Hill kommt von Rot Ja, wieso alles? Keiner Vogel Ja, ja, check, check Roger, Roger Oh, das sind Leute auf der Bank Oh, da ist die Leute auf der Bank Hallo 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 Oh, der ist schnell Ich muss jetzt, ich muss jetzt aus der Luft zwischen Bin stabil Ja So, mindestens ein Hit Ja Ja Noch ein Hit, ja, schön Ja, das war nicht der Pilot Okay Ah, ich hab reload Ah, schade, schade Schade Der Engine ist raus Der Engine ist raus Der Engine ist raus Ich glaub der läuft noch ganz gut Der Engine von ihm Nein, nein Nein Ich glaub der crashed Ich glaub der crashed Bring ich ihn, bring ich ihn Er ist gecrashed Ja 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 Auf der Höhe, noch ein bisschen Ich glaub da irgendwo was zu finden ist Auf der Hölle Die sehen uns auf jeden Fall Ja Ich glaub du hast dann gekillt Ja, nein Objekt ist offensiv Ich bin noch immer dort Cool Ja, der läuft da immer nur rum an der Straße Der läuft jetzt bis zur Zone vor Ja, wollen wir ihn dann lösen? Ja, sollen wir da ein Setschel planten, wenn er dann Wenn man an der Brücke hochkommt Ja, ich schaue so sicher Oh, hat das hier dann Äh, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh Komm, warte, den Mäh mal einfach um bitte, oder? Ja, okay Ich will den einfach ummähen Er ist ca. 200 Meter Superer Tanke Oh, er schaut schon auf uns, hört Oh, ich bin tot Oh Ich hab ihn getötet Ja Ja Jaja Elekrotat Easy Im Runtergegern, hab ich ihn einfach immer geheadet, noch E-Tot Das C4 wäre sich einfach auskommen, ne? Ja, ja, oder Das wäre sich easy auskommen Ja, ich mein Ich bin übertrieben Er hat dann schon gecheckt, was sie da machen Bist du da machen? Der Noob sind bald Und der Noob in der Repairsform, wie es ausschaut Der Schatz der Bart Ah, dann muss man gleich kurz rupfen, wo ist es? Schauen wir mal wieder, wie es bei blau läuft oder auch noch in der Satchel liegen. Wie machst du das? Rudi, warum schießt du da mit Katiba auf die Bunker da unten? Auf geht's, können wir uns wieder wichtigeren Dingen widmen. Keine Autor, aber ein Vogel, Vogel, Vogel. Kleiner Vogel. Oh ja, der ist voll bepackt, voll bepackt, der kleiner Vogel. Ich muss jetzt gut treffen, ich bin stabil. Go. Oh Gott. Ja. Oh, herrlich. Ich fliege zwei Seen ins Wasser, am besten die finischen. Auto, aber ganz nah zu Ihnen hin, bitte. Habe ich da Zeichen gegeben? Nein, schau. Den einer weiß, den kannst du sogar mit einer Granaten sprengen, die einer. Bei uns da. Ja. Ich habe einen Blick auf den anderen, ich fliege gleich mit dem anderen. Der ist da leicht rechts vor uns, ganz leicht. Er genau. Äh. Fischen, das ist wie Fischen jetzt mit Granaten. Er schwimmt, Siehst du nicht? Leicht rechts vor uns. Nein, 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 nein. Ich sehe nicht, wo. Was? Unter uns. Siehst du ihn nicht? Unter dem Wasser ein bisschen. Oh, ich sehe nicht. Ich steffert. Vielleicht da auf zwei Uhr. Ich sehe ihn auch gerade nicht mehr. Gibt's denn nicht? Der ist sicher hart. Den anderen sehe ich, den anderen sehe ich. Richtung Song. Ja genau. Der besnipet, der besnipet. Gerade. Der ist links, Richtung Song, aber wurscht. Ist immer noch ich? Links neben uns. Oh, ich habe den Wallhack. Ich weiß, wie ich es mache. Rechts neben uns jetzt. Rechts neben uns jetzt. Ja, rechts neben uns. Ich schau doch das Ding aus. Rechts neben uns. Ich sehe ihn. Da, wo ich ihn geschossen habe. Der hätte es gerade gedacht. Der Reload weiß, ich habe gerade genau auf ihn geschossen. Gibt's ja nicht. Ja genau, unter uns. Unter uns jetzt? Ja, jetzt kommt ja nichts im Wallhack. Wir müssen die eigentlich schon noch fast killen. Aber hinten landet ein Ghosthawk in der roten Bucke. Warte, ich sehe. Ich bin nicht, dass ich den kann. Kein Wurscht. Flieg, 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 flieg weg. Wir haben geschossen. Also die Motherfucker sollen sie da noch 10 Minuten schwimmen. Er ist ein Goldnett. Unser Gudrun. Penetrierte E-Jord. Ich leide. Ich habe... Am Sternen der Satchel Blasen. Die erste, zwei, drei Satchel... Einer ruft sich Brot. Einer ruft sich jetzt ein Brot. Und hinten uns ein Heli. Okay. Der incoming ist. Dann nochmal leben. So. Und jetzt ist es nämlich Schluss mit lustig. Müssen wir fast erst den Ghosthawk verlieren. Ja, der hat den Ghosthawk, den Ghosthawk, den Ghosthawk. Oh, der hat unseren Rudern. Der hat unseren Metswert komplett zerstört. So rechts. Der ist im Arsch neben dem. Der hat den Ghosthawk schon. Ja. Wie ist es? Plunk. Nice landing, Barrow. Jetzt nochmal hier zu dem Boot. Sechs. Es geht immer runter. Es ist gerade untergegangen. Wir warten jetzt bis er im Boot ist. Wir warten bis er im Boot ist. Wir warten bis er im Boot ist. Lass du hin? Ja, ich schau hin. Ah, Strider brischt. Ah, Strider Brücke. Jetzt! Ah, sorry. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich bin nicht weit genug dran. Ich bin schon gestorben. Hast du den Krieg zum Boot? Ich bin zum Boot. Ich bin zum Boot. Er fliegt zum Boot. Sorry. Wo ist das scheiß Boot? Links, links, links knapp vorm Turm? Ja. Da sitzt... Oh, er ist da. Weg, 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 weg. Von am Strand glaub ich. Das war ein Decall-Board. Aua. Ich glaub das war ein Decall-Board, kann das sein? Biss dann schon blöd. Aber ich hab's versenkt. Aber ich hab's versenkt. Vielleicht da zur Brücke. Brücke für Minen? Ja. Double up. Ready to go. Ja, den Heli hätte ich ja mal anschießen können und dann hätte man repairen können, oder? Ich hätte nur repairen können, aber... Das hätte mir nicht viel gebraucht. Ja, genau, genau. Wir sind jetzt mit unserem Bootfreund da. Hast du noch Granaten? Ja, das war nur Decoil, ich schwöre dir. Ja, ich hab zwei, aber das war sicher nur Decoil. Die sind schon dort gestanden, glaub ich. Ich kann's mir nicht anders vorstellen. Ich hab mir einen gebildet, ich hab den einen Dude dort gesehen, aber es... ist auch nix dort. Wartvoll ist es wieder an Position? Unter uns Heli! Unter uns Heli landet! Unter uns roter Heli landet. Rechts ist genau von uns. Landet Standardrot. Ja. Muss nur hart abbremsen. Äh... Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Besorg's ihm! Ich bin tot, ich bin tot. Na, der Heli ist aus. Ach, ach. Ach, ach... Ach, ach... ...und, ach, ach... ...und, ach... ...und, ach... ...klasse, seid sie bei. Grade. Knappe Geschichte. Oh, jetzt kommt noch Ghost Talk. Komm mal. War grad ready um... ...Entladung zu starten, aber... Die Startung konnte leider nicht mehr gestartet werden. Obst du respawnen oder du musst glaube ich eh rearmeln oder? Ja. Ah, die Satchel, oder? Das ist egal. Ich glaube, ich kann sie nicht mehr zünden, wenn ich rearm, äh, rewerfte halt. Bei einem Turm? Nee. Doch, da ist eine im Turm. Ich raste aus. Oh. Oh. Ja, ja. Komm zum Repair Pad. Er hat mich sogar getroffen. Also den Elie. Spiel puedi? Ich hab keine gewisse Zeit während des Herbes trainiert. Ừ. Was macht 快. Oh.. Weißt du, wie du da herumeierst, hast du bestimmt dir da eine Kautkraft, oder? Nee. Ja, mach ich schon ziemlich schwindelig. Mal in die andere Richtung. Ich bin fertig, also du kannst einsteigen oder nur ein bisschen umfahren. Ja passt, ich fahre noch ein bisschen um, ja. Du bist wie um, passt's. So, jetzt geben wir dem Marafaka mal ein bisschen Blei. Neun von 26, da musst du jetzt was fetzt kommen. Ja. Knaffi ist nicht da. Gartfass ist auf seinem schwulen Posten. Wir brauchen jetzt den Hummingbird mit acht Leuten. Rot. Der landet, der landet, der landet gerade. Der landet gerade. Der ist immer zu spät, glaube ich. 2. 2. 2. Ich wäre wahnsinnig, der andere startet gerade. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 2. 3. 6. 5. 5. 5. 10. 30. Ja, den trotzdem müssen wir mal sehen, genau über ihm Gib ihm Let it sucking rain Einer geht raus Engine ist aus Einer raus Blunk Blunk Pilot Der kleine Vogel fällt mir noch Fehlt Er kommt, er kommt, er kommt Ohhhh, wie bestellt Er zieht mich hoch Er zieht mich hoch Oh shit Einer rausschossen Wenn das der Pilot wäre ich gefeiert bis zum Geh nicht mehr Gib ihm Stimmt bitte wer? Sein Motor ist aus Sein Pilot ist auch aus Da wollte er aussteigen, nachher ist ins Wasser geplumst Holy fuck Mir ist fast das Spiel abgestürzt Teilweise gar kein Sound mehr gehört Oh, Auto wurde gerade auf der Guard Force Neuer wurde fast überfahren Guard Force Ja Er ist tot, oder? Ja Letztlich glaube ich wird es Mit dem falschen Augenblick Ja, der Repaired Guard Bring mich hin, bring mich hin, bring mich hin Der Repaired Guard Links vom Auto Schnell Auto spotten Links, links beim Guard Force Direkt beim Guard Force Guard Force Leiche Einen hast du Ich drehe ab Ich drehe ab Ist der Guard Force schon respawn? Nein Ich warte darauf, dass wir die Typen racken Ja, der will Er revived, er revived Komm, 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 komm Bitte Jawohl Jetzt holen wir ihn Guard Force Ja Ah, Heli von uns, Heli von uns Ja, passt Ja, den werden wir nicht mehr kriegen Oh ja, gib, 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 gib Oh, hell, er landet Ich glaube er landet Ja, er ist im Landwehr am Flug Ja, der braucht Den brauch ich Oh, der wird vielleicht Der landet Warten, er ist da links Macht den Sneaky Macht sneaky Er macht ganz sneaky, der motherfucker Er hatte ihn nicht abgelassen Ja, warte, er kriegt gleich Stabil Das war der Pilot. Ja, das war der Pilot. Jawoll. Ob der Gartfall.